Die sind diejenigen, die Allah rechtgeleitet hat, so nehmt euch ein Beispiel an ihrer Rechtleitung. Und hiermit sind die Gesandten und Propheten Allahs, subhanahu wa ta'ala, gemeint. Und heute kommen wir zu Propheten Shu'aib, und zwar die Dawa des Propheten Shu'aib in Suche 7. Die Dawa des Propheten Shu'aib in Suche 7. Denn es wird immer wieder behauptet, man soll in der Dawa nicht offensiv sein, man soll in der Dawa die anderen nicht kritisieren, man soll in der Dawa nicht die Strafe erwähnen, man soll in der Dawa nicht zu direkt sein. Und wenn die Dawa kritisiert wird oder angegriffen wird von den Nichtmuslimen, dann sei das ein Indiz dafür, dass diese Dawa falsch gemacht worden sei. Und der Beweis dafür soll dann immer sein, in Sohra 16, Vers 125, wo Allah sagt, Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit. Udo'ilasabila rabbika bilhikmah. Hier steht aber nicht, Rufe zum Herrn deines Allah, zum Weg deines Herrn, in dem du defensiv bist, oder Rufe zum Weg deines Herrn, in dem du nicht kritisierst, oder Rufe zum Weg deines Herrn, in dem du keine Strafe erwähnst, sondern hier wird erwähnt mit Weisheit. Das heißt, das, was du eigentlich sagst gerade, deine Argumentation mit diesem Vers, Das ist eigentlich keine Argumentation mit diesem Vers, sondern eine Argumentation mit deiner persönlichen Interpretation von diesem Vers. Wer hat mit Weisheit zum Weg Allahs gerufen? Selbstverständlich diejenigen, die die Weisesten von uns waren, nämlich die Propheten. Also schauen wir, wie die Propheten zum Weg Allahs gerufen haben. Und wenn die Propheten indirekt zu Allah gerufen haben, keinen kritisiert haben, nicht die Strafe erwähnt haben, und nicht offensiv in der Dawa gewesen, auf die Leute zugegangen sind, dann können wir weiter diskutieren. Und ansonsten ist das, was du oder was derjenige behauptet, dass man in der Dawa nicht offensiv sein soll, nicht direkt sein soll, nicht die Strafe erwähnen soll, nicht kritisieren soll, dann ist das eine Irre, die dem Weg der Propheten widerspricht. Und zwar ganz klar und deutlich. Und dieser Schwachsinn, wie ihr gleich sehen werdet, der ist leider sehr, sehr weit verbreitet, insbesondere durch Gruppen, die dazu da sind, um den Islam zu zerstören, wie zum Beispiel von Aleviten oder säkularen Muslime, die behaupten, man soll niemanden dazu überzeugen, den Islam anzunehmen. Allah leitet recht, wie er will. Selbstverständlich leitet Allah recht, wie er will. Aber Allah hat uns auch befohlen, zum Weg Allahs zu rufen und uns dies zur Pflicht gemacht. Und wäre das so, dass man nicht zum Weg Allahs rufen soll, dann wäre eigentlich der ganze Koran Quatsch, weil der ganze Koran voller Geschichten ist, von Propheten, die von Allah dazu aufgefordert wurden, zu ihrem Volk zu gehen und ihnen klarzumachen, dass es nur eine richtige Religion gibt, nämlich die Religion, wo Allah alleine angebetet wird und wo den Propheten Gottes gefolgt wird. Und dann schauen wir uns einfach mal den Propheten Shu'aib an und dann kann man sich ja selber fragen, wer besser ist, der Prophet Shu'aib oder die Aleviten in Deutschland oder die Kaffee und Kuchen-Dabe-Experten. Okay. Suche 7, Vers 85. Und zu den Madian entsandten wir ihrem Bruder Shu'aib. Er wurde entsandt. Hier können wir schon für die Aleviten, die sagen, man soll niemanden zum richtigen Glauben rufen, können wir schon mal einen Haken dran machen, denn wir haben gesagt, Suche 6, Vers 90, wir sollen sein Vorbild an den Propheten nehmen und wir laden uns diese Geschichte nicht zur Unterhaltung offenbar, sondern um uns ein Beispiel daran zu nehmen. So, der wurde aber entsandt. Was hat er gesagt? Er sagt, O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Zu wem sagt er das? Das sagt er zu einem Volk, das andere neben Allah anbetet. Von wem betet man neben wen? Wer wird angebetet? Es wird jemand angebetet, der einem heilig ist. Das heißt, Shu'aib, a.s.w. greift hier sofort die Götter an. Er ist offensiv in der Dawa, er ist direkt in der Dawa, er ruft sofort zum Tauhid und sagt, geruft, betet niemanden anderen neben Allah an, dient niemanden anderen, niemand anders hat das Recht, angebetet zu werden. Das heißt, alles, hier eure Heiligkeit, was ihr habt, das ist falsch, das ist nicht richtig, das dürft ihr nicht tun. Hier, weiter. Ein deutsches Zeichen ist nunmehr von eurem Herrn zu euch gekommen, darum gebt volles Maß und Gewicht und schmälert den Menschen ihre Dinge nicht und stiftet nicht nach ihrer Ordnung Unheil auf Erden, das ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. Das Volk von Shu'aib, die Median, hat ein Problem mit Geld. Das heißt, sie haben darin betrogen, das war ihre große Sünde. Ein anderes Volk von Lut, a.s. sie hatten das Problem mit Gelüsten, Homosexualität. Und deswegen sieht man im Koran sofort, dass Lut, und das sieht man auch in Surah 7 übrigens bei Lut, Vers 80 und 81, dass er sofort das kritisiert, was in seinem Volk auffällig ist und Shu'aib kritisiert sofort das, was in dem Volk von ihm auffällig ist. Das heißt, er ist absolut direkt in der Dawa und geht direkt auf den Punkt, denn er ist jemand, der auf dem wahren Weg ist und jemand, der auf dem wahren Weg ist, braucht für Al-Ul-Batil keine Angst zu haben. So, dann geht es weiter und lauert nicht auf jedem Weg, indem ihr jene Bedrohten von Allahs Weg abtrünnig zu machen trachtet, die an ihn glauben und indem ihr ihnen den Weg zu krümmen sucht. Und denkt daran, wie wenige ihr wart und wie ihr euch mehrtet und schaut, wie das Ende derer war, die Unheil stifteten. Bis Vers 86. Das heißt, wir sehen hier wieder ganz klar, dass Shu'aib direkt auf den Punkt kommt, dass er sofort ihren Götzendienst kritisiert und das ist die Dawa aller Gesandten. Das ist die Dawa aller Gesandten im Koran und wer etwas anderes behauptet, der folgt diesem Weg nicht und versucht die Menschen in die Irre zu führen. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor den Wegen der Irregeleiteten bewahren. Und ich sage zu jedem, schaut euch das an, wie die Propheten Dawa gemacht haben. Ja, sie waren direkt, sie sind sofort auf den Punkt gekommen und haben zum Torhid gerufen. Das ist die Dawa allergischung. Bis zum Torhid.